zu fragen warum wir kämpfen grund ist natürlich world of warcraft man kann es lieben oder man kann es hassen oder es herzlich willkommen zu einem neuen video das hier ist ein let's hate ja es gibt es noch umgrund der grund warum wir dieses video machen das display world of warcraft unser letztes test ist wie tief bist du gesunken ich meine w o w alter ernsthaft damals noch was noch ein richtig guter kerl mit altkometern du hast wirklich alles gemacht was ich auch gemacht habe und jetzt schau dich an zu einem ja also ich finde das wirklich scheiße von dem blog jetzt weil er hat uns auch ein letztes besprochen aber er hat es jetzt abgesagt mit diesen scheiß world of warcraft und dieses world of warcraft das ist ja das ist ja kein spiel das ist einfach wo was für nerds von diesen nerds und die die sitzen gern seit in ihren tafeln und in ihren dungions und essen da und zocken und ich finde das ist echt voll asozial von dem blog dass er jetzt hier so tief gesunken ist wurde hier alles geworfen und von dem minecraft und jetzt ist er wirklich verdammt tief gesunken also ganz ehrlich er klang wenn du das hier sehen wirst ich weiß ja nicht was warum ich wer soll es irgendwie verstoßen hier werden sie irgendwie entschuldigt oder so jedenfalls hört uns zu bitte sehen uns deine fangemeinde sehen uns deine freunde wir meinen es nur gut glaub uns damit wirst du zunächst kommen damit wirst du einfach nur daumen gewartet schauen wir uns das mal an einmal kurz hier sieht man schon das video hat 6110 daumen runter und ja in diesem sinne das war es auch wieder schon also bis dann meine freunde und gelong hör dir diesen lad wirklich an hör auf mit dem ganzen misst und mach deine eigene spur weiter denn deine eigene spur war so gut und jetzt letztens ist deine eigene spur vollkommen in den sumpf geladen der dich immer weiter nach unten klebt und zwar ist das ganze genau fünf tage her nun und zwar wird das ganze am zu sehen und dann wird das ganze noch geladen und ja seitdem ist er echt nicht mehr du ganz ehrlich sehen uns deine freunde dann fange meine wie gesagt und ich stelle ich stoppe diesen wahnsinn bevor er ausatmen also bis dahin tschüss bitte abonnieren bitte darum hoch je nachdem vielleicht auch unten wenn es je nachdem wie es euch gefallen hat und ja bis dahin wieder mal ciao